Ich bin viel schlauer als wie du. Leider falsch. Warum? Darum geht's jetzt. Gestern habe ich in einem Restaurant diese Werbung hier entdeckt. Immer eine Garnele mehr wie du. Manche sagen ja auch, ich bin größer wie du oder schlauer wie du. Das mag zwar sein, in allen drei Fällen müsste es aber richtig als heißen. Wenn man bei einem Vergleich Unterschiede feststellt, benutzt man als. Ich bin also größer als du oder schlauer als du. Wie benutzt man, wenn etwas verglichen wird, das gleich oder gleichwertig ist. Ich bin hungrig wie ein Löwe. Oder ich bin genauso schlau wie du. Klingt soweit einfach. Aber was ist mit dem berühmten als wie? Ich bin größer als wie du. Das ist sprachlich leider nicht korrekt, aber man hört es schon ziemlich oft. Vor allem in der Alltagssprache. Aber auch in einigen Dialekten. Ja, meint, da ist ja Adept genauso deppert als wie der andere. In einer Klassenarbeit kommt ihr damit leider nicht durch. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen schlauer als vorher genau wie ich. Hier gibt es noch mehr gern gemachte Deutschfehler und wie ihr sie vermeidet. Viel Spaß dabei. Bye.